Heute bin ich bei den Maltesern in Eute und schaue mir an, wie Pakete gepackt werden für Flüchtlinge im Landkreis Vechter. Diese Pakete enthalten wichtige Kleidung, die die Menschen im Winter brauchen. Es fehlt vor allem an Winterkleidung für Männer, für Frauen, natürlich auch für Kinder. Damit das gut funktioniert, sind jetzt die Mitarbeiter, vor allem die Auszubildenden von Big Dutchman, auf eine tolle Idee gekommen. Sie haben sich spontan zusammengefunden und haben gesagt, wir helfen mit, wir packen an und sind seit heute Morgen 9 Uhr fleißig dabei. Inzwischen haben wir Nachmittag und der Mut und die Tatkraft lassen immer noch nicht nach. Sie fordern gleichzeitig, aber andere auch auf, es ihnen gleich zu tun. Ich bin Damian und ich beschrifte hier die Kartons für uns. Da muss natürlich sortiert werden nach Sommer und Winter und dann nach Frauen und Männern und Kinderkleidung. Ansonsten gibt es noch Kinder, Babyklamotten, Handtücher, Bettwäsche und alles, was man sonst noch sieht mit Spielzeug, Schuhe und Taschen. Wir haben jetzt gesehen, was die Big Dutchman-Auszubildenden hier bei den Maltesern für tolle Sachen machen. Sie rufen, wie gesagt, dazu auf, dass es andere Auszubildende anderer Firmen ihnen gleich zu tun. Spontan zugesagt hat schon die Firma Schickling aus Fisbeck, die will das nächste Mal dabei sein, aber es werden weitere Firmen gesucht. Neben mir steht Henrik Menke. Henrik macht die Organisation der Sachspenden hier und kümmert sich um alle Leute, die sich engagieren wollen. Es sind Firmen willkommen, es sind vor allem Auszubildende willkommen in einer Stärke zwischen 5 und 15 Leute. Wir brauchen Gruppen. Die wenden sich bitte an Henrik. Der hat einmal, sag mal, wie kann man sich bei dir melden? Am besten erreicht man mich einfach unter meine E-Mail-Adresse. Das ist henrik.menke.malteser.org. Die